Guten Tag zusammen, guten Tag liebe Sophia. Ja, guten Tag auch von mir. Genau, heute reden wir mal über ein ganz anderes Thema, von dem ihr vielleicht denkt, es hat nicht unbedingt etwas mit dem lieben Gott zu tun. Aber ihr werdet sehen, dass das Thema Frühling mit dem lieben Gott sehr viel zu tun hat. Aber zu Beginn ein schönes Gedicht, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern. Ein schönes, eine Verszeile, die gerne gebraucht wird, wenn es um den Frühling geht. Ja Sophia, Frühling, was macht das oder was sagt dir das Wort Frühling? Ja, Frühling ist ja, wenn man jetzt nach dem Text auf jeden Fall geht, die Auferstehung der Natur, hätte ich jetzt mal so gesagt. Genau. Also die Natur erwacht, die Natur erblüht. Es ist eine Jahreszeit, die ist sehr angenehm. Sie ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und ein wenig windig, aber auch trotzdem hat noch ihre Schönheit. Welche Jahreszeit magst du denn am liebsten? Magst du den Frühling am liebsten, den Sommer am liebsten, den Herbst oder den Winter am liebsten? Ich mag alle Jahreszeiten. Das spricht für dich, dein ausgleichenden Charakter. Ich mag tatsächlich den Frühling am liebsten. Ja, wahrscheinlich dann, weil Ostern ist. Also meine, Ostern sind meine Lieblingsmessen. Meine auch. Also ich sage mal, Ostern ist für mich mein Lieblingsfest und ja, wir haben ja jetzt vor kurzem Ostern gefeiert und auch, ich würde sagen, wie man heute so schön sagt, fett gefeiert, großartig bei uns in Klausen. Du warst ja dabei, du warst ja beteiligt daran. Ja, war wunderbar, wie wir das gemacht haben. Die österlichen Tage geht ja auch noch weiter. Erstkommunion und ja, die vielen Frühlingsfeste. Also tatsächlich mag ich den Frühling auch gerne, weil dort Ostern liegt und Ostern in gewisser Weise Auferstehung der Natur, Auferstehung Jesu. So würde ich das zusammen sehen. Ja, so kann man das zusammen sagen. Genau. Und die Natur, die Blumen, der blaue Himmel, die Tiere zum Beispiel bei mir im Hof, die haben auch ja viele Frühlingsgefühle, die Tiere, nicht nur die Tiere. Ja, das ist einfach toll, wenn das neues Leben so explodiert. Die Blüten, das liebe ich, wenn ja die auf einmal die Zweige, die den Winter über Dürr waren, jetzt mit Blüten geschmückt sind. Wenn aus dem Boden die Krokusse heraus sprießen, wenn das Gras wieder grün ist, wenn der Himmel blau ist, wenn die Sonne ja auch endlich mal wieder warm ist. Im Winter ist zwar manchmal auch die Sonne da, aber sie ist dann eher kalt. Nee, das mag ich sehr gerne. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich mag das auch, wie das alles so erwacht, wie es alles von diesem Kahlen wieder so bunt wird. Und es ist interessant, wie es alles so seinen Lauf hat. Also von Frühling, dann kommt Sommer, die wärmste Jahreszeit natürlich und dann im Herbst fallen alle Blätter wieder runter und der ganze Kreislauf fängt von vorne an, dass dann Winter kommt und dann wieder Frühling, wo alles wieder wächst. Es ist ein Kreislauf, aber es ist auch ein wunderschöner Kreislauf. Es ist die Natur, die Natur so, wie Gott sie geschaffen hat. Und ich finde es bewundernswert, innerhalb von sieben Tagen eine ganze Welt zu erschaffen und dann noch vier Jahreszeiten und sich zu überlegen, ja, so könnte das ablaufen. Ja, die Natur ist ein Wunderwerk. Also ich finde das auch, ja, die Naturwissenschaft versucht uns so vieles zu erklären. Manches gelingt ja auch, aber manches gelingt ja auch nicht. Ich finde, die Natur hat auch noch viel Zauber. Und von diesem Zauber spüre ich immer ganz viel im Frühling. Also die Kräfte des Schöpfers, die Lebenskräfte des Schöpfers sind in die Natur hineingelegt. Natürlich können wir davon das ganze Jahr über etwas spüren und sehen, aber gerade der Frühling in seiner Vielfalt, in seiner Buntheit, in seiner Freudigkeit, auch die Vögel, die da singen und vieles mehr. Er erzählt mir viel, ja, von der Lebensfreundlichkeit des Schöpfers und dem Zauber, den er hineingelegt hat in alle Kräfte, in alle Teile der Natur. Ja, auch mit der Zeitumstellung, dass es abends dann länger hell sein soll, dass dadurch man dann weiß, okay, jetzt ist der Frühling da, jetzt kommt danach der Sommer. Das ist eigentlich, wenn man sich wieder dran gewöhnt hat. Am Anfang ist das ja immer blöd. Das war dieses Jahr über Ostern. Dadurch, für die, die ja liturgisch unterwegs waren, wie wir, für dich ja auch, wenn man dann natürlich in der Osternacht noch ein bisschen länger zusammensteht mit der Gemeinde, wenn es dann ein bisschen länger dauert, ja, und man am nächsten Tag wieder aufstehen muss und man eine Stunde weniger hat, dann war das auch ein bisschen anstrengender. Aber trotzdem, du hast grundsätzlich recht, ich freue mich auch darüber, dass es wieder länger hell ist und dass es eine Stunde später dunkel wird. Das ist eigentlich schön. Das ist sehr schön. Ja, aber auch irgendwie interessant, dass es irgendwer so festgelegt hat. Ja, das Zeit ist auch etwas Relatives. Da könnte man natürlich auch mal länger drüber sprechen. Daran sehen wir, dass Zeit ja einerseits etwas Natürliches ist, weil sie ja, sag ich mal, die Zeit ja auch den Ablauf, die Bewegungen der Sterne, der Sonne, der Erde misst. Das ist wahr, aber trotzdem, es ist etwas Natürliches, aber es ist trotzdem, das Messen ist auch immer etwas sehr Menschliches, ne, da, das ist wahr. Also sag ich mal, an der Zeitumstellung sehen wir doch, ja, einen Tag vorher wurde es um 18 Uhr dunkel und einen Tag später um 19 Uhr, nur weil die Uhr einmal vorgestellt worden ist. Ja. Also vieles ist auch Menschen, Menschen gemacht. Das stimmt. Also der Frühling, liebe Freunde da draußen, also ich bemühe mich das, also indem ich das jetzt sage, ich bemühe mich das auch selber zu machen, geht mal raus im Frühling, nicht drin bleiben. Genießt den Frühling, die Sonne, die auf die Haut scheint. Genau, bevor der Lebenskreislauf wieder weitergeht. Genau, genießt den Frühling, lebt die Jahreszeiten. Ja, wenn man eigentlich so sieht, wenn man so sagt, man wird so 80, 90, hat man eigentlich nur 80 Sommer, Sommers? Sommer, 80 Sommer. Genau, hat man 80 Sommerzeit in seinem Leben und nur 80 Mal einen Sommer zu erleben eigentlich, wovon die ersten zehn Mal, man sich ja eigentlich vielleicht dran erinnern kann. Das stimmt. Klingt irgendwie weh mit. Das ist wahr. Nutzt die Zeit, das ist wahr. Nutzt die Zeit und lebt sie und freut euch an ihr, freut euch an der Schöpfung Gottes, die wir gerade im Frühling besonders spüren dürfen. Und die Sophia hat dafür ein Gebet. Guter Gott, begleite uns auf dem Weg durch deine Schöpfung und hilf uns, sie zu lieben. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!